Heute habe ich ein Date mit Emre. Ich stehe jetzt auf und mache mich fertig. Ich muss mich hübsch machen für Emre. Ich sehe aber bestimmt schon gut aus. Ich freue mich schon richtig auf das Date. Heute frage ich Mia, ob sie meine Freundin werden will. Soll ich erst duschen? Nein, ich putze erstmal meine Zähne. Dann kann ich auch gucken, wie hübsch ich heute aussehe. Ich gehe gleich ins Gym. Dann sehe ich richtig gut aus beim Date. Ich hoffe, Mia wird meine Freundin. Was ist das denn? Ist das ein Pickel? Oh nein, was mache ich denn jetzt? So kann ich Emre nicht treffen. So, auf zum Gym. Danach mache ich mich fertig für mein Date. So darf mich Emre nicht sehen. Soll ich das Date absagen? Aber ich will Emre unbedingt sehen. Ich muss mir etwas überlegen. So, ich bin da. Hier ist das Gym. Ich werde richtig hart trainieren. Wie bekomme ich diesen Pickel weg? Ich habe noch zwei Stunden. Vielleicht geht der Pickel weg, wenn ich dusche. Ich muss es probieren. Ich hasse Pickel. Ich will auch meine Arme trainieren. Hey, darf ich auch mal? Ja, klar, Bruder. Ich habe heute ein Date. Cool, Bruder. Dann solltest du deine Arme trainieren. Ja, meine Muskeln sollen groß werden. Dann nimm dir eine Handel und fang an. Ich hatte noch nie einen so großen Pickel. Vielleicht könnte ich den Pickel ausdrücken. Aber erst mal probiere ich es mit der Dusche. Ich kann nicht mehr. Willst du nicht gut aussehen für dieses Mädchen? Doch, das will ich. Dann mach weiter, Bruder. Ich hoffe, mein Pickel ist gleich weg. Die heiße Dusche könnte helfen. Wenn der Pickel nicht verschwindet, wird Emre mich hässlich finden. Steh auf, Bruder. Ich kann aber echt nicht mehr. Natürlich kannst du noch, Bruder. Willst du so Muskeln wie ich? Ja, das will ich. Dann mach weiter, Bro. Na gut. Sehr gut, Bruder. Ich schaue mal, ob der Pickel weg ist. Wenn nicht, werde ich heulen. Bitte sei weg, Pickel. Wie lange trainierst du eigentlich schon? Sechs Jahre. Krass, du hast voll die Muskeln. Danke, Bruder. Jetzt hör auf zu reden und mach weiter. Ich glaube, ich gehe jetzt. Alles klar, Bruder. Viel Glück mit dem Mädchen. Wir sehen uns morgen. Morgen? Ja, zum nächsten Training. Ey, nein, danke. Ich hoffe, der Pickel ist weg, wenn ich meine Augen aufmache. Bitte sei einfach weg. Ich will dich nicht haben. Drei, zwei, eins. Oh nein, es hat nichts gebracht. Ich muss den Pickel ausdrücken. Aber was passiert, wenn der Pickel dann schlimmer wird? Ich muss Mama fragen, was ich tun soll. Der Typ war doch nicht normal. Meine Muskeln sind aber größer geworden. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Danach mache ich mich fertig für das Date. Was ist los, mein Schatz? Siehst du es nicht? Nein, was denn? Na, den Pickel auf meiner Stirn. Ach so, was ist mit dem? Der ist so rot und groß und ich habe heute ein Date. Mit Emre oder wem? Ja, bitte hilf mir, Mama. Das ist doch nicht schlimm, Mia. Doch, Emre wird mich hässlich finden. Man sieht den Pickel doch kaum. Klar, der ist voll riesig. Was kann ich machen? Bitte hilf mir, Mama. Da kann man nicht viel machen. Tut mir leid. Ich könnte den Pickel doch ausdrücken. Nein, bloß nicht. Das ist gefährlich. Warum das denn? Dein Pickel könnte sich richtig entzünden. Dann wird er sogar noch schlimmer. Ist ja gut. Hast du denn Make-up? Nein, leider nicht. Aber was soll ich denn jetzt machen? Stell dich nicht so an, Mia. Aber Emre wird mich hässlich finden. Die Dusche tat gut. So, jetzt muss ich nach Hause und mich für das Date fertig machen. Heute wirst du meine Freundin Mia. Ich sollte das Date absagen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst zu diesem Date gehen, Mia. Und was ist mit dem Pickel? Zieh dir etwas Hübsches an. Dein Pickel wird nicht auffallen. Das wird nicht funktionieren, Mama. Ich ziehe mich jetzt mal für das Date an. Emre kommt mich gleich abholen. Ich muss in einer Stunde bei Mia sein. Ich freue mich schon sehr. Was könnte ich denn anziehen? Ach, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust zum Date zu gehen. Ich muss mir jetzt aber etwas aussuchen. Die Klamotten stinken. Ich muss andere Klamotten anziehen. Ich brauche ein cooles Outfit für das Date. So, das ist mein Outfit. Ich gehe mich mal im Spiegel anschauen. Außerdem muss ich Deo und so drauf machen. Ich sehe so fresh aus. So, ich gehe jetzt Mia abholen. Hoffentlich wird sie meine Freundin. Ist der Pickel noch größer geworden? Ich habe eine Idee. Ich könnte etwas Rotes anziehen. Dann fällt mein Pickel nicht so auf. Aber ich will dieses Outfit anziehen. Was soll ich denn jetzt machen? Emre ist gleich da. Ich hole Mia von zu Hause ab. Sie wohnt nur ein Kilometer weit weg. Moment mal. Das könnte funktionieren. Ich könnte doch einfach eine Kappe tragen. Dann sieht Emre den Pickel auf meiner Stirn nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin so schlau. Ich glaube, ich habe eine coole Kappe in meinem Zimmer. Oh, hallo. Hallo. Kennen wir uns? Nein, aber das kann man ändern. Du siehst echt gut aus. Äh, danke. Wie heißt du? Ich bin Mara. Ich heiße Emre. Gibst du mir deine Telefonnummer? Dann können wir mal etwas unternehmen. Nein, ich liebe ein anderes Mädchen. Ist das deine Freundin? Also seid ihr zusammen? Nein, noch nicht. Ich hoffe aber, dass wir ein Paar werden. Ich bin aber bestimmt hübscher als dieses Mädchen. Nein, das bist du nicht. Mia ist das schönste Mädchen der Welt. Ich muss jetzt weitergehen. Sie wartet bestimmt schon auf mich. Hat der gerade Mia gesagt? Das ist interessant. So, ich schaue mal in den Spiegel. Hoffentlich kann man den Pickel nicht mehr sehen. So, ich bin da. Hier wohnt Mia. Vielleicht wohne ich hier irgendwann mit Mia. Oh Gott, ich bin ganz schön aufgeregt. Ich hoffe, das Date wird gut und Mia wird meine Freundin. Das schaffst du, Emre. Okay, man kann den Pickel nicht mehr sehen. Aber ich sehe aus wie ein Junge. Naja, egal. Hauptsache Emre sieht den Pickel nicht. Emre sollte gleich da sein. Mal sehen, was wir machen werden. Jetzt muss ich nur noch klopfen. Das ist bestimmt Emre. Ich glaube, Mia macht sich noch fertig. Dann mache ich mal auf. Ich muss noch Deo und Parfüm drauf machen. Dann rieche ich gut. Ich könnte eigentlich auch nochmal auf Klo, bevor Emre da ist. Hallo Emre. Lange nicht gesehen. Hallo Frau Müller. Ich bin da, um Mia abzuholen. Sie macht sich gerade fertig. Komm doch mit ins Wohnzimmer. Okay, danke Frau Müller. So, jetzt gehe ich noch schnell auf Klo. Ich gehe Mia holen. Okay, danke. Oh, hallo Max. Ich muss echt dringend. Mia, bist du im Badezimmer? Ja, ich muss auf Klo. Okay, dann sage ich Emre, dass du noch auf Klo bist. Emre ist schon da? Sag ihm nicht, dass ich auf Klo bin. Ich komme. Dann muss ich es halt so lange aushalten. Du siehst gut aus mit der Kappe, mein Schatz. Ist Emre echt schon da? Ja, er wartet im Wohnzimmer. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Lass uns runtergehen. Was passiert, wenn Emre meinen Pickel sieht? Das ist doch nicht schlimm. Jetzt geh zu Emre. Na gut. Hallo Emre. Warum trägt Mia eine Kappe? Hallo Mia. Komm, lass uns gehen. Ja, gerne. Warum trägst du eigentlich eine Kappe, Mia? Ähm, ich finde den Style cool. Oh nein. Guck mich nicht an. Warum denn nicht? Ich bin so hässlich mit dem Pickel. Du bist das schönste Mädchen der Welt. Aber ich habe doch diesen großen Pickel. Du bist noch viel schöner mit dem Pickel. Meinst du das ernst? Ja, du bist wunderschön. Ich muss dich etwas fragen, Mia. Was denn? Willst du mit mir zusammen sein? Ernsthaft? Ja, ich liebe dich so sehr. Oh mein Gott, ich liebe dich auch. Ja, ich will deine Freundin sein. Gebt einen Daumen hoch für ein neues Video und klickt auf diese Folge. igerucheigeente. Okay. iter spinach ist. In der Mitte. Ich bin der little цwire. Ich bin dann.